Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Und dieses Video ist wieder mal ein ganz kurzes Infovideo. Und zwar wurde jetzt ein zweites Bild zu Season 6 veröffentlicht. Und zwar wurde ja gestern erstmals die Season 6 angekündigt. Und da wurde ja auch ein Bild veröffentlicht, das kann ich schon mal ganz kurz hier einblenden. Und das war ja das Bild mit diesem Würfel und dem DJ Lama. Und jetzt wurde gerade ein neues Bild veröffentlicht mit einem neuen Skin. Und zwar dieses Bild hier, ich blende es auch mal ganz kurz natürlich wieder ein. Und hier sehen wir wieder mal den Würfel. Und diesmal ist dort ein weiblicher Skin. Und dieser Skin wird auf jeden Fall dann auch im Battle Pass sein. Und das sieht aus wie so ein, ich sag jetzt mal Cowgirl. Also wie halt so ein Reiter Skin. Und der Skin sieht auf den ersten Eindruck auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aus, finde ich. Der gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Und das wird auf jeden Fall der zweite Skin im Battle Pass sein. Und zu diesem Bild hat Epic Games geschrieben Saddle Up. Und das heißt auf Deutsch so gut wie Steig auf oder Aufsatteln. Und das sagt natürlich schon einiges zu dem Skin aus. Weil es ist halt wie gesagt so ein Reiter Skin. Und auf jeden Fall ist das dann hier der zweite Skin. Den wollte ich schon mal ganz kurz zeigen. Es sind jetzt nämlich nur noch zwei Tage zu Season 6. Und Epic Games zeigt uns jetzt nach und nach ein paar Sachen. Und das wollte ich auf jeden Fall ganz kurz gezeigt haben. Und ich würde sagen, wenn euch dieses ganz kurze Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr als Season 6 Videos sehen wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao.